Hallo Leute, ich habe panische Angst vorm Autofahren und möchte euch in diesem Video gerne erzählen, wie ich mit dieser Angst umgehe, beziehungsweise wie ich jetzt aktuell sogar dran bin, das Ganze aktiv zu bekämpfen. Ich glaube nämlich, dass gar nicht mal so wenig Leute in einer ähnlichen Situation sind und sich irgendwie so ein bisschen schwer tun mit diesem Thema, beziehungsweise nicht so richtig wissen, wo sie da ansetzen sollen. Also falls es euch vielleicht auch so geht und ihr möglicherweise auch noch Leute im Umfeld habt, die sich irgendwie darüber lustig machen und sagen, oh, wie kann es denn sein, dass du nicht Autofahren kannst, das ist doch die einfachste Sache der Welt, dann seid ihr hier richtig. Bevor ich euch meine Geschichte erzähle und warum ich eigentlich so große Angst vorm Autofahren habe, wollte ich noch kurz Bescheid sagen, dass ihr mein neues Buch jetzt vorbestellen könnt. Es heißt The Way You See Me und ist ein Roman. Der dreht sich um die Frage, wie es nach einer toxischen Beziehung weitergehen kann und es geht außerdem um Nachhaltigkeit, um mentale Gesundheit, um queere Themen, ganz viele Dinge, die mir am Herzen liegen. Und wenn ihr das Buch gerne vorbestellen möchtet, dann schaut mal unten in der Infobox, da findet ihr Links dazu. Ihr könnt es aber überall vorbestellen, wo ihr wollt, also auch einfach bei der Buchhandlung bei euch um die Ecke. Also, wie kam es zu meiner Angst vorm Autofahren? Bei mir ist es so, dass ich ganz typisch mit 17 Fahrstunden gemacht habe und da ist eigentlich alles gut gelaufen. Ich habe meine Theorieprüfung im ersten Anlauf bestanden, ich hatte einen tollen Fahrlehrer, der wirklich richtig unterstützend war, so wie man sich das wünscht, also jemand, der da neben einem sitzt und einfach entspannt damit umgeht, wenn man Fehler macht und einen nicht irgendwie direkt unter Druck setzt oder einem Stress macht, sondern das war ein richtig gutes Klima. Ich hatte Spaß am Fahren und habe dann auch die praktische Prüfung im ersten Versuch bestanden. Also eigentlich sind das wirklich die perfekten Voraussetzungen und ich bin auch aus dieser Führerscheinprüfung rausgegangen und habe mich sicher und selbstbewusst gefühlt und dachte mir so, ich bin jetzt gut vorbereitet, darauf im realen Leben Auto zu fahren. Und ein paar Mal habe ich das dann tatsächlich auch gemacht und das hat gut funktioniert, bis zu dem Tag, an dem ich fast einen Unfall gebaut hätte. Also die Situation war folgende, ich war mit meinen Eltern im Auto unterwegs und wäre bei einem Überholvorgang fast mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wie gesagt, fast, es ist nichts passiert und es war quasi nur ein Schockmoment. Ich habe damals dann meinen Vater gebeten, weiterzufahren, was ich auch okay finde in so einer Situation. Gerade wenn man irgendwie so ein bisschen geschockt ist, dann muss es nicht unbedingt sein, dass man direkt weiterfährt. Aber den Fehler, den ich halt damals gemacht habe, das war der, ja, dann nicht irgendwie ein paar Tage später zu sagen, komm, jetzt probiere ich das nochmal, damit ich irgendwie wieder merke, komm, das sei jetzt so eine einmalige Sache. Eigentlich bin ich sicher und ich kann das, sondern, ja, ich bin dann halt einfach nicht mehr gefahren. Dieser beinahe Unfall ist also meine letzte Erinnerung daran, Auto zu fahren. Und das Ding ist halt auch, dass der so ein richtig schlechtes Timing hatte. Ich bin nämlich kurz danach von zu Hause ausgezogen, 500 Kilometer weit weg. Das heißt, ich konnte jetzt nicht mehr mit dem Auto meiner Eltern fahren und üben. Und ich habe dort halt dann vor Ort auch kein Auto gebraucht, weil ich in der Großstadt gewohnt habe. Alles, was ich gebraucht habe, war mit den Öffis erreichbar. Und das hat halt einfach keinen Sinn ergeben. Es ist natürlich schon so, dass ich dann noch ein paar Mal im Jahr bei meinen Eltern war. Das heißt, in der Zeit hätte man eigentlich schon sagen können, komm, ich setze mich jetzt ins Auto und übe das so ein bisschen. Ein paar Mal im Jahr ist ja besser als gar nichts. Meine Eltern haben mir dann auch immer angeboten, dass ich gerne mit dem Auto fahren kann, um zu üben. Aber ich habe das halt immer wieder von mir her geschoben. So richtig schön, klassische Vermeidungsstrategie. Ich wollte das einfach nicht machen. Und jetzt sind mittlerweile zehn Jahre vergangen. Und ja, ich bin in dieser ganzen Zeit kein einziges Mal mehr gefahren. Und das Problem damit ist, dass ich jetzt halt an einem Punkt bin, an dem es nicht mehr nur so ist, dass ich nicht fahren möchte, sondern ich kann es halt de facto auch nicht mehr. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass diese Angst in den letzten zehn Jahren so richtig schön viel Zeit hatte, sich im Unterbewusstsein festzusetzen. Und das tatsächlich so doll, dass ich in den letzten Jahren immer wieder geträumt habe, dass ich am Steuer von einem Auto sitze und ich versuche zu bremsen, aber es ist entweder keine Bremse da oder ich drücke, aber das Auto wird nicht langsamer. Also da ist einfach so ein ganz starkes Gefühl von Kontrollverlust. Und diese Albträume mit, ich sitze am Steuer und ich kann nicht bremsen oder das Auto wird nicht langsamer, das ist tatsächlich ganz schön weit verbreitet. Also es gibt nicht wenige Leute mit Fahrangst, die auch diese Träume haben. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass das ganz schön belastend ist. Und das ist für mich mit einer der Hauptgründe, warum ich dieses Thema gerne angehen möchte und warum ich wieder Autofahren lernen möchte, damit diese Albträume weggehen und ich einfach diese Angst bekämpfen kann. Und dazu kommt dann noch, dass es einfach manche Situationen gibt, in denen ich gerne die Möglichkeit hätte, fahren zu können. Wir sind ja vor einem halben Jahr aufs Land gezogen. Und es ist so, dass ich jetzt im Alltag die meisten Strecken entweder mit dem Fahrrad oder mit den Öffis mache. Daran wird sich auch nichts ändern. Das heißt, ich habe jetzt nicht vor, so super regelmäßig aufs Auto umzusteigen. Aber was ich halt schon gerne hätte, wäre die Möglichkeit, in gewissen Situationen fahren zu können. Beispielsweise, wenn ich mit den Katzen zum Tierarzt möchte oder wenn es darum geht, zum Baumarkt zu fahren, ins Möbelhaus, irgendwas zu transportieren, was einfach mit dem Fahrrad oder mit den Öffis so ein bisschen schwierig ist. Und ich fände es auch schön, wenn im Urlaub mein Partner lange Strecken nicht immer komplett alleine fahren muss. Und wenn es einfach die Möglichkeit gibt, wenn es mal der Person, die fährt, irgendwie nicht gut geht, dass ich sagen kann, ich springe da ein. Deswegen habe ich damals in Berlin schon begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich glaube, es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass ich schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht habe. Da seht ihr auch, wie lange mich das Ganze schon beschäftigt. Und damals war eben der erste Schritt, den ich gemacht habe, mir ein Fahrrad zu kaufen. Das klingt jetzt vielleicht erst mal so ein bisschen seltsam. So, warum kauft sie sich ein Fahrrad, wenn sie Autofahren lernen möchte? Aber das Ding ist einfach, nach diesem beinahen Unfall habe ich nicht nur aufgehört, Auto zu fahren, sondern bin auch nicht mehr Fahrrad gefahren. Das heißt, ich habe wirklich komplett versucht, so Straßenverkehrssituationen zu meiden beziehungsweise das einfach sehr kontrolliert zu halten. Weil wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann geht das Ganze einfach sehr viel langsamer. Und irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass ich das mehr unter Kontrolle habe. Das heißt, nach Jahren, in denen ich nur zu Fuß oder mit Bus und Bahn unterwegs war, ging es dann ran ans Thema Fahrradfahren. Und auch das war was, was ich nicht von heute auf morgen machen konnte, weil einfach Berlin wirklich nicht der perfekte Ort ist, um sich wieder neu mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe ja doch halbwegs zentral gewohnt. Das heißt, es gab sehr viel Verkehr. Es war alles sehr laut und reizüberflutend. Und da dann nach Jahren zu sagen, ja klar, da fange ich jetzt einfach wieder an, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich wollte das trotzdem unbedingt angehen. Deswegen habe ich mit ganz, ganz kurzen Strecken begonnen. Ich bin anfangs wirklich immer nur von zu Hause die Straße runter zum Supermarkt und wieder zurückgefahren. Wir haben an einer sehr belebten Straße gewohnt. Das heißt, man hatte da schon super viele Leute, die so am Straßenverkehr teilgenommen haben und auf die man achten musste. Und das alleine war irgendwie schon fürs Erste herausfordernd genug. Und von dort aus sind die Strecken dann immer länger geworden. Und ich habe gemerkt, wie nach und nach so ein bisschen Sicherheit zurückgekommen ist. Es war nie so, dass ich gesagt hätte, ich bin jetzt völlig entspannt und fühle mich hier richtig wohl, weil das dafür einfach alles zu hektisch und zu krass war. Aber trotzdem hat mir das Ganze genug Sicherheit gegeben, um zu sagen, so, es ist jetzt an der Zeit für den nächsten Schritt. Und der war es für mich, Auffrischungsfahrstunden zu nehmen. Es gibt Fahrschulen, die das anbieten. Also extra für Leute, die schon seit einer längeren Zeit nicht mehr gefahren sind. Und ich habe mich danach erkundigt und auch nach einer Fahrschule, die sich so ein bisschen auskennt mit Leuten, die Angst haben vor dem Autofahren, beziehungsweise stand das auf deren Website. Da habe ich mich dann tatsächlich voller Hoffnung und frohen Mutes angemeldet. Und was soll ich sagen? Es war eine Vollkatastrophe. Keine Sorge, diese Geschichte hat noch ein Happy End. Deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis das Video dazu kommt. Einfach, weil ich nicht wollte, dass das dann so eine reine Horrorgeschichte ist. Und ihr euch sagt, Bonny, also, wenn sie das erfahren hat, dann werde ich das garantiert nicht noch mal probieren. Aber ich möchte euch eben trotzdem ganz ehrlich sagen, bei diesem ersten Versuch ist echt so alles schiefgelaufen, was irgendwie schieflaufen konnte. Ich hatte nämlich einen Fahrlehrer, der sich ganz eindeutig nicht mit dem Thema Fahrangst ausgekannt hat. Und bei dem ich jetzt auch einfach mal sagen würde, der vielleicht generell nicht so super geeignet ist für diesen Job. Als ich ihm nämlich gesagt habe, dass ich seit zehn Jahren nicht mehr gefahren bin und Angst habe vor dem Autofahren, hat er sich erst mal richtig schön über mich lustig gemacht. Ohne Witz, Leute, wir saßen in diesem Auto und er hat allen Ernstes begonnen, so richtig in Babysprache mit mir zu sprechen. Also, er hat unten auf die Pedale gezeigt und meinte zu mir, ach, dann sag mir doch mal, ist das das Gas oder ist das die Bremse? Ja, ist das das Gas? Bist du dir sicher? Oh, das daneben ist aber nicht die Bremse, oder? Doch, die Bremse. Wow. Also, wirklich so genau das Maß an Empathie, das man sich von seinem Gegenüber wünscht, wenn man ihm gerade erzählt hat, ey, das ist eine richtig extreme Stresssituation gerade für mich. Ich bin so nervös, ich habe schwitzige Hände. Bitte geh entsprechend mit mir um. Ja, und von dieser Babysprache aus kam dann direkt der Sprung hinzu. So, und jetzt park hier mal aus. Wie, du weißt nicht, wie das geht. Nö, ich erkläre dir das nicht. Und dann hat mich dieser Typ in meiner ersten Fahrstunde nach zehn Jahren, nachdem ich ihm mehrfach kommuniziert habe, dass ich nichts mehr weiß, allen Ernstes auf eine dreispurige Straße gelotst, gesagt, so, wir fahren jetzt 50 und du fährst jetzt einfach durch bis zum Alexanderplatz. Oh, ja klar, ich weiß gar nicht mehr, wie irgendwas funktioniert. Ich habe nicht mal mehr ein Gefühl dafür, wie fest man auf Gas und Bremse drücken muss. Und die Idee, auf die du kommst, ist allen Ernstes, direkt zu sagen, wir fahren auf einen der stressigsten Plätze Berlins. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, mein Puls war hier oben. Und jedes Mal, wenn ich eine Frage gestellt habe, hat er mir allen Ernstes entweder nur patzige Antworten gegeben oder so Dinge gesagt wie, ja, was denkst du denn, was du jetzt machen sollst? Und als er dann mit jeder seiner Antworten noch ein Stück lauter geworden ist, dachte ich mir, ja, das ist wirklich auf jeder Ebene furchtbar. Und was halt wirklich schade ist daran, ist, dass ich so geschockt war, so sehr im Survival-Modus, dass ich in diesem Moment nicht dran gedacht habe, einfach zu sagen, nee, Digga, also das machen wir garantiert nicht. Ich fahr hier jetzt an die Seite und wir beenden diese Fahrstunde. Aber ich habe mich dann danach direkt von der Fahrschule abgemeldet. Es wäre vielleicht noch eine Option gewesen, zu sagen, man probiert es irgendwie mit einer anderen Person. Aber ich war irgendwie so durch danach, dass ich mir dachte, nee, ich will das einfach nicht mehr und habe dieses Thema dann auch für eine längere Zeit liegen gelassen. Dieser Impuls ist, glaube ich, erst mal ganz normal, wenn man so eine miese Erfahrung gemacht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch auch schon mit Fahrlehrern zu tun hatten, die laut geworden sind, die sich über einen lustig machen, die einem das Gefühl geben, man wäre irgendwie komplett unfähig oder die sich vielleicht sogar übergriffig verhalten. Und falls es euch auch so gehen sollte, dann ist es mir wichtig, dass ihr wisst, dass ihr damit nicht alleine seid und dass das vor allem, nicht eure Schuld ist. Nach dieser wunderbaren Fahrstunde habe ich das Thema dann, wie gesagt, erst mal liegen lassen. Und dazu kam dann eben auch noch, dass irgendwann klar war, dass wir aus Berlin wegziehen werden. Das kam mir dann ehrlicherweise in diesem Kontext auch ganz gelegen, weil ich dann sagen konnte, ja, es ergibt ja jetzt gar keinen Sinn mehr, wenn ich hier in Berlin nach einer anderen Fahrschule suche. Wenn wir eh bald weg sind, dann fange ich das dann da an und kann das nicht mehr da zu Ende bringen. Ich mache das einfach, wenn wir in München sind. Und jetzt, nachdem wir eben ein halbes Jahr lang hier wohnen, habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, ich möchte mich wieder mit diesem Thema beschäftigen und dem Ganzen einfach doch noch mal eine Chance geben. Und jetzt kommen wir zu dem Happy End, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich habe eine Fahrschule gefunden, bei der das einfach alles tausendmal besser läuft als in Berlin. Deswegen, falls ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben solltet, bitte verliert da nicht den Mut. Ich weiß, wie frustrierend das sein kann. Ich weiß, wie schwierig das ist, sich wieder aufzurappeln, nachdem man so eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Aber es gibt eben auch Fahrschulen da draußen, die ihren Job richtig gut machen. Und eigentlich war es auch schon der richtige Schritt zu sagen, ich suche mir eine Fahrschule, die auf Fahrangst spezialisiert ist oder die Auffrischungsfahrstunden anbietet. Ich hatte da in Berlin wirklich einfach nur Pech. Hier in München hat das jetzt zum Glück geklappt und ich bin jetzt bei einer Fahrschule, die vor den eigentlichen Fahrstunden sogar noch so ein Seminar anbietet, das sich eben mit dem Thema Fahrangst beschäftigt. Da war ich jetzt vor kurzem und das fand ich tatsächlich sehr hilfreich. Wir waren eine kleine Gruppe zu zehnt und es war eine Verkehrspsychologin mit dabei und eine Fahrlehrerin, die dieses Seminar geleitet haben. Das lief dann so ab, dass in der Gruppe alle nacheinander erzählt haben, warum sie nicht mehr fahren und wie lange sie das schon nicht mehr machen. Da waren ganz unterschiedliche Geschichten dabei. Leute, die in Unfälle verwickelt waren, die sagen, ich fühle mich auf dem Land zwar sicher, aber nicht in der Großstadt. Leute, die so wie ich einfach längere Pausen gemacht haben oder die auch einfach wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Fahrlehrern. Es hat einfach richtig gut getan, da zu merken, dass man mit diesem Thema nicht alleine ist. Und ich habe mich da auch bei vielen anderen Geschichten wiedererkannt und das ist irgendwie sehr bestärkend gewesen. Gerade auch, weil die Verkehrspsychologin dann Tipps gegeben hat, was man in der jeweiligen Situation machen kann. Und was mich dann noch sehr beruhigt hat, ist, dass die Verkehrspsychologin gesagt hat, dass es ganz normal ist, nach einer längeren Pause wieder von Null anfangen zu müssen. Also, wenn man einfach 10, 15 Jahre nicht gefahren ist, kaum Fahrpraxis hatte davor, dann verlernt man das wieder. Da haben auch mehrere Leute erzählt, dass sie aus dem Umfeld so das Feedback bekommen haben, von wegen, hä, warum willst du Auffrischungsfahrstunden nehmen? Wir fahren hier jetzt fünfmal um den Block und dann geht das schon wieder. Aber, ja, das ist halt nicht unbedingt das, was einem ein Sicherheitsgefühl gibt. Deswegen kann ich auch wirklich nur zu solchen Auffrischungsfahrstunden raten. Falls Fahrangst für euch auch ein Thema ist und ihr die Möglichkeit habt, bei euch in der Nähe so ein Seminar zu besuchen, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht online gibt, falls ihr jetzt nicht irgendwo in der Großstadt wohnt. Also ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Der nächste Schritt ist es dann jetzt eben wieder, Fahrstunden zu nehmen. Die ersten vier habe ich tatsächlich schon erfolgreich hinter mich gebracht und bis jetzt muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich habe jetzt eine Fahrlehrerin, die mir keinen Druck macht und mit mir wirklich ganz bei null begonnen hat. Wir sind in den ersten beiden Fahrstunden nicht direkt in den Stadtverkehr gefahren, sondern waren auf einem Parkplatz, haben erstmal wieder geübt, wo ist was am Auto, links abbiegen, rechts abbiegen, Spurenwechsel, schon mal grob geübt, wie das geht mit dem Einparken und das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Also sich erstmal darauf konzentrieren zu können, wie fühlt sich dieses Auto eigentlich an. In der dritten Stunde waren wir dann in einer 30er-Zone, das heißt, da gab es jetzt den normalen Straßenverkehr, parkende Autos etc. Aber es war trotzdem einfach so ein sehr sanfter Einstieg in dieses Thema. In der vierten Fahrstunde sind wir dann schon weitere Strecken gefahren, immer noch größtenteils in der 30er-Zone, aber es ging jetzt schon so ein bisschen mehr. Wir waren auch schon an großen Kreuzungen und ich bin tatsächlich schon mal 50 gefahren und das dieses Mal mit einem deutlich niedrigeren Puls. Also ich muss schon sagen, dass ich trotzdem echt ganz schön angespannt bin. Also ich versuche immer wirklich sehr konzentriert zu sein und mit all den Reizen irgendwie umzugehen und denke mir, ja, also mit 17 warst du in der Fahrstunde definitiv entspannter. Aber auch das ist okay und ich merke mit jeder Stunde, dass die Nervosität so ein bisschen weniger wird. Ich habe mir jetzt erstmal 10 Fahrstunden gebucht. Das ist so das Paket, das sie anbieten für Auffrischungsfahrstunden. Aber ich weiß jetzt schon, dass das definitiv mehr werden. Das ist aber auch in Ordnung, weil ich möchte das wirklich so lange machen, bis ich mich wirklich sicher fühle, weil ansonsten komme ich halt wieder in so eine Situation, wo ich danach sage, in den Fahrstunden war es okay, aber ich traue mich jetzt selber nicht. Wenn ich dann mit den Fahrstunden durch bin, dann werde ich euch auch sagen, bei welcher Fahrschule ich gerade bin. Da wollte ich einfach nur warten, bis das wirklich abgeschlossen ist, um dann im Nachhinein auch sicher sagen zu können, ja, das kann ich euch weiterempfehlen. Was ihr aber jetzt schon sehr gerne machen könnt, ist unten in die Kommentare zu schreiben, ob ihr Fahrschulen oder FahrlehrerInnen empfehlen könnt, also sowohl für Auffrischung als auch einfach generell. Also euch da gerne so ein bisschen austauschen, dazu schreiben, aus welcher Stadt ihr kommt und vielleicht ist da ja auch für jemand ein hilfreicher Tipp mit dabei. Wenn ihr mögt, dann teilt auch gerne mal allgemein eure Erfahrungen mit dem Thema Fahrschule unten in den Kommentaren. Und bevor ihr jetzt hier die Sonne noch komplett das Bild auffrisst, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.